Hast du Lust auf den Rap? Nein, das möchte ich lieber nicht. Danke, ich hatte heute einen schlechten Tag. Komm schon! Nein, sorry, ich hab wirklich keine Lust. Komm schon! Ich sag es noch mal, nein danke! Komm schon! Ich sag das nicht! Na, willst du mal probieren? Hab hier ne kleine Zigarette? Komm schon! Nein danke, ich rauche nicht. Nichts für mich, okay? Mehr für mich! Ich glaube nicht, dass die zum Essen sind. Interessiert mich nicht, ich sterb sowieso am Ende! Was? Also, hast du Lust auf nen Rap oder so? Ich hab seit drei Wochen nichts gegessen. Wow, das ist ganz schön hart man! Ich esse also... Willst du was? Hallo? Willst du jetzt... Oh scheiße! Das ist schon der dritte, was zum To... Hallo? Hallo? Wie kommt bitte Sonic der Igel hierher? Oh nein, ich bin nicht Sonic der Igel. Ich bin eine Creepypasta-Version von Sonic, geschrieben von einem Roleplay-Furry. Ernsthaft? Natürlich! Stirbst du auch am Ende des Mods? Nein! Warte, was? Heißt das, ab jetzt wird jeder nur ein Copyright-geschützter oder Creepypasta-Charakter sein? Äh... Ja, das stimmt. Ich will nach Hause gehen! Das sagen sie alle zu mir! Warum, lieber Gott? Warum?!